Ich turtel mit der Tafeli. Tutel mit der Tafeli im tiefen Teich. Trostlos. Trostlos die Tiere. Schauen uns zu. Zu, mit Tee natürlich. Zu. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Hallo. Oh, wen haben wir denn da? Hallo. Der Praktikaner wurde jetzt als Azubi eingestellt. Guten Tag, Herr Azubi. Als auszubeuten, da? Jetzt schmeißt du schon mit Schnüren. Ja, ich hab die E-Auftasche. Ich kann die mitnehmen. Oh, praktisch. Ja, ja. Ich hab noch Knochen. Wer will Knochen mitnehmen? Du bist ein Knochen. Was? Okay, was machen wir denn heute in dieser Folge? Wir haben ja Knochen. Also erstmal eine Aufgabe für den Azubi finden. Und er braucht den Knochen. Und wir wollten Pferde finden. Azubi braucht ein Backpack. Damit er die Sachen für uns tragen kann. So, wir haben gerade ein bisschen geangelt in der kurzen Phase, wo wir uns vorbereitet haben. Ja, muss ja gucken, dass man, äh... Gucken, wo man bleibt, ne? Genau, ist wichtig. Und wir sind auf der Suche nach Pferdchen, weil in der letzten Folge das ja so, äh... Gut geklappt hat. Naja, gut, wir haben Ponys gefunden. Ja, genau. Wir haben es abgeschlachtet. Genau, wir haben es abgeschlachtet in den letzten Folgen, glaube ich, war das sogar. Weil wir haben eine neue Aufnahme-Session. Und wir hatten gerade frisch zum Abschluss hier die Höhle gefunden, wo wir dann auch mal kurz, äh... Weil wir ja nicht mehr so viel und so... Genau, und so und so. Wollten wir nämlich eigentlich auch kurz rein... Ja, dann machen wir das doch mal. Höhle... Aber ich bin vom Inventar leider sowas von voll. Ich auch. Das ist, glaube ich, unser aller Problem. Das heißt, Höhle wäre... Ja, den muss ich sagen, es wäre mit leeren Taschen gut. Also, ich würde sagen, wir suchen weiter Pferde. Ich habe einen Ofen. Wenn jemand Eisen hat, dann könnten wir dem Wolf noch schnell, äh... Ich habe Eisen, so, warte, ich kann ihm gerade gehen. Wo bist du? Warte mal, komm mal her. Pass auf, dann gebe ich dir den Ofen. An deinem Workbench? Ich habe Kohle. Brauchst du das ganze Eisen? Was ist das Eisen? Hier, Eisenbarren habe ich mal nicht. Hinter dir. Ich wollte ja auch die Eisenbarren nehmen. Entschuldige. Ich habe auch Eisenbarren, hier. Ja, jetzt bin ich Workbench. Seht, Stück. Revier, Rausch. Hatsch. Hat irgendjemand das Workbench bei dir? Nee, leider nein. Nein. Ja, dann hat sich das mit dem Bauen erledigt. Ja, wir finden schon noch Folgen. Machen wir mal eine Action-Folge am Anfang, würde ich sagen. Wir planen sowas ja immer. Dann muss da jemand den Ofen wieder abbauen. Oh, da sind viele Skelette. Oh, achso, das ist der Paddy, weil er... Paddy hat Nachwehen. Was? Er hatte wie? Wo waren wir denn hin? Da. Paddy? Nicht auf mich schießen oder mich hauen. Das wäre gut, weil sonst macht er ja nicht mehr lang. Ja, ja, alles gut. Ja gut, ein bisschen Action am Anfang kann ja nicht schaden. Ja, das bringt dem Wolf nur nichts, weil er hat keine Waffe. Äh, Wolf, ich kann dir eine Waffe, äh, einen Bogen kann ich dir geben. Ich hab dir doch Eisenbarren gegeben. Ja, aber es hat keiner eine Workbench. Doch, der Domdom-Singer hat einen. Ah. Ich hab immer eine Workbench. Hast mir auch gerade eben eine gemacht. Hast du den Bogen mitgenommen? Ja. Dankeschön. Da. Sag doch was. Hier, noch drei Stickies kann ich dir geben. Wenn ihr eine Workbench habt, mein Schwert ist gleich wie Fritte. Kann mir jemand ein Schwert machen, weil ich hab mein ganzes Eisen abgegeben. Ja, dann machen wir das doch gerade hier. Wolf. Ich baue auch gerade noch einen Ofen auf. Nun kann die Tafete... Warte, 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 hier ist ein Ofen. Hier ist ein Ofen. Alles gut. Du wolltest schalten ein bisschen. Dann kann die Tafete nämlich auch ihre Küche... Ah, Wolf, ich hab dir die Kohle gegeben. Kannst du ein bisschen Kohle da rein machen? Ja, ich mach gerade der erste da rein. Die Azubis sind heute, die fragen nicht, weil sie sitzen hier auf einer Ecke rum. Und machen einfach. Machen. Machen alles verkehrt. Ja. Mit dem einfachen Auftrag, nix kriegen wir hin. Ich hab eben gesagt, ich hab Gesundheit. Ich hab noch nie gehabt, dass einer genießt hat in Minecraft. Ach, hat's ja nicht mit dem Schwert. Ich hab noch ein Ersatzschwert. Ich hab dir gerade ein Schwert zugeworfen. Okay, dann ist das das Ersatzschwert. Ja, wobei man jetzt sagen muss, der Wolf wächst ja mit unserem Let's Play. Der wächst mit unseren Aufgaben. Als ich frage den Kanz hatte er noch Stimmbuch mittlerweile, aber keiner. Ach so, ich dachte, der wäre noch im Stimmbuch, so wie das klingt. Jetzt ist er eine Praktikante. Da muss er noch ein bisschen trainieren. Einfach rein als Sticky. Eine Praktikante. Ich dachte eher so an Mathematik jetzt. Dann können wir auch noch eine Sticky Sticky. Ich will Zeitgastbegleich bauen. Das wird das Thumbnail. Ja, wir bereiten uns noch ein bisschen vor. Wir haben uns natürlich mal wieder versäumt, das im Off zu machen. Deswegen pimmeln wir so ein bisschen rum. Und ich glaube, ich schrotte da so ein Creeper. Dann gehe ich mal hier rum. Ich habe keinen Bock, meine Pfeile zu verschwenden. Mache ich einfach mal ein Single Let's Play. Ein wichtiges Highlight heute ist gerade angefangen worden. Oh, ja. Heute ist nämlich der Tag, an dem Deutschland gegen Polen spielt. Ja. In der Euroleague Qualifying. Jemand Redstone? Oder wie RTL das jetzt nennt. Redstone? Nein. Nee, ich glaube, ich habe es beiseite gepackt. Ich habe fast drei Redstone. Ich habe ein komplett leeres Inventar. Ich kann es auch nie sein, vorzuwerfen. Will jemand drei, ähm, achtmal gebratenen Lachs gegen essen? Ich habe noch 16 mal gebratenes Schweinefleisch geholt. Ich habe noch verrotztes Fleisch. Ach, du hast was, Wolf. Okay, wo kann es sein, sonst nimm du das. Der hat gerade einer verrotzten Lachs zugeworfen. Das war von anderen, ähm, den anderen. Ah, okay. Den anderen. Danke schön. Ich komme mit verrotztem Fleisch aus. Ja, ich habe hier noch Ofenkartoffen, Wolf. Guck mal, Ofenkartoffen. Ich komme auch mit verrotztem Fleisch aus. Wenn ich die Döner hinschmeiß. Was, Döner? Das kann man nicht vergleichen. Das ist nicht das Gleiche. Das Fleisch, das Tzatziki. Ich kann dir was Fisch geben. Hier, kriegst du dich. Ich glaube, wir haben noch Fohlenfleisch auf Tasche. Was, Fohlenfleisch? Wahrscheinlich. Oh, verdammt. Wer wollte das Eisen? Aber wenn hat das Tzatziki auf Tasche? Beiseite getan, weil ich habe zwei 64er Stacks. Ach so. Es lohnt sich für mich nicht, einen neuen Stack anzuhören. Ich habe jetzt 16 Eisenbarten bei mir da liegen. Ich kann die anderen auch noch mitnehmen. es ist so heißt die aber wir haben jetzt weniger Verzögerungen da okay, wein das liegt an euch weil also eigentlich nur an Tafil yeah yeah, es ist so weit letztens wurde es angekündigt, jetzt ist es passiert habt ihr mal gemessen, sind das denn wirklich 50k oder... ja 52 soll ich euch meinen Zollstock leihen? ja die wollen ja nicht das WLAN-Kabel messen, hallo? achso, okay Länge oder die Höhe? also 20cm könnte ich aushelfen ist okay jetzt ja, was machen wir jetzt? und das andere Bein genau so hier, rothinchen kann man auch bis die Öfen fertig sind soll man nicht mal loslaufen, das abbrechen, das können wir später weitermachen, oder? ja, nicht abbrechen lass das laufen ach, da ist noch ein Skelett ähm das sind so wie man nicht das andere Skelett da mach ich ihn gerade platt da mach ich von unten platt so ein Enderman oh, ein Enderman komm, holt ne Idiot ne Idiot da ja, der geht hier direkt drauf er ist da hinten da gehen wir doch mal gucken, liebe Freunde des gefliegten gell-news gell-news wenn die Hühnchen wenn die Hühnchen raus sind dann mach ich grad noch drei Schweinefleisch natürlich natürlich ich hab auch noch neunmal rohes Hammelfleisch ja, jetzt nicht übertreiben Tafeli du hast den hau rein dann haben wir den Scheiß, wenn ihr sich getraten die Workbench da ist die Workbench da ist die Workbench da ist die Workbench da ist die Workbench ja jetzt schnell doch ich hab's ja yeah alles wird gut ich wusste alles wird gut heute ja so sieht's aus ja, läuft bei uns hier auf jeden Fall ja Action geladen zwei Minuten und dann, äh erstmal wieder die Nulle in der Sonne brutzeln lassen hier ja, sag mal, wenn der Wüste ist, dann kann man auch ein bisschen was kochen natürlich, natürlich wahrscheinlich auch vor Wut ja, wir braten einfach mal alles, was wir haben, Pastor ich glaub ich brate euch gleich nen Storch, wenn das so weitergeht ja, komm, ja irgendwas, äh welches 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 passiert seit dem letzten Mal also Griechenland äh dann hat man Neger gesagt Flüchtlinge das war das übliche halt, was man so kennt aber sonst ist nix passiert wir haben Flüchtlinge wer hat denn jetzt mein Fleisch weggenommen? ich warum? sollst du Fleisch das ist wie im wahren Leben, Paddy ich ich glaube die Folge müssen wir etwas überziehen schweinefleisch klaut mir das schweinefleisch und schmeiß mir Hammel hin wie viel war denn das denn? 5 erhu, das war ich nicht ich war das nicht ich schmeiß einfach mal dahin, macht er ja voll so jetzt musst du eigentlich Paddy's kriegen ja, Paddy hat's bekommen ja, Paddy hat's bekommen dann nimm's Sachen an, aber ich ja ja, funktioniert schon ja ja, passt schon ja, passt schon da braucht aber nur einer Steine, wa? ne einer Steine ne einer Steine brauch ich dir gleich einen steinige dich gleich Wolf, brauchst n' Wassereimer fertig ich brauch's so weit eigentlich keinen es ist so weit außer wir wollen hier ne Schlucht wo wirklich der Boden nur verlaber ist so, sind wir soweit wer hätt ihr das gedacht? ok, welche Richtung? ich hab nämlich vergessen wo wir hergekommen sind da lang da lang genau, wir gehen mal oben auf den Sandberg ich glaub von da kamen wir, oder? haben wir hier jetzt einen Sandberg? ja, sicher doch, sonst ist oder, Jungs? ja ja von da kamen wir dann die andere Richtung was ist los? in welche Richtung? in welche Richtung? andere Richtung ok andere Richtung ist mehr wir müssen da da Gott ist das hier also laut ja, weiß ich grad ja, das wird natürlich dann eine super interessante Folge ja was denn? juhu einmal zur fünft über den Oden schwimmen ha oh nein hallo, ich würd gewinnen ja hallo, dass wir das sportliche Ereignis wett schwimmen ja, leichtathletik WM dann dann wie beim letzten Mal, Wolf bin ich einmal an dir vorbei und dann ist es wieder vorbei mit Boot ha hier ist übrigens auch mehr hallo, wenn du einfach vor mir stehen bleibst hier ist sogar mehr mehr ah ja, hinten ist ähm ähm äh kein Witz mehr ah hey hinten ist ach so ich schwimme dahin wer kommt mit? juhu ja schwimmen natürlich wie war das mit schneller schwimmen? was für ein Buchstabe war das? steuerung steuerung das war STRG jeder braucht die ausdauert ah Tafeli hmm könnte man eine ruunde schwimmen zusammen? erst im drücklichen bf hr eater nachhören aber das ist mein Handy ich kann jetzt in der Ackheit bei einem am Casimo mit der zählen ein Rücken mit Anfänger mit der Kaffee im tiefen Teich noch 브러플 trostlos wozu die Tiere schauen uns zu zum Tee natürlich und was ist ja nicht wir müssen über den Wettbewerb und lasst mich raten ihr schwimmt nach Bochum die Verhandlung mit ein bisschen schwimmt mit Baum au da um oder das Kohle ganz unten am Boden dessen Meeres oder an als erster da haben wir hier kein Bett schwimmen wollen also bei der Hälfte der Anwesersteppe oder nicht also Steppe mit Hügel Ist das Steppe? Ja. Da müssen hier doch Ponys sein. Hoffentlich sind die respawned. Ach, deine komischen Kaninchen-Ponys. Ach, lass mich doch, dass ich das ein Ding da gebetet hab. Das, das, das... Ich hab's ja selber gefunden. Komm mal, ja! Ich hab eine Folge. Hab mich ja sehr gefreut. Ich hab eine Folge. Töten! Pferdfleisch, ich will's auch aufraten. Hey, mich, ich hab mal ein Pferd. Juhu! Ich hab jetzt eine Angel. War das nicht mit der Rechts... Mit der Hand rechts drauf? So, ich möchte aber so ein Gescheckte... Äh, hier so ein... Ich versuch's mal. Ich will auch ein Geschecktes. Warte mal. Ah, der Wolf hat's schon. Ist das ein Pony? Nee, das ist ein Pony. Ich nehm das als Punkte. Hat irgendwer nen Sattel dabei? Ja. Können wir sowas von drei? Ich hab zwei. Natürlich hab ich nen Sattel bei. Ich bereite mich doch vor. Mann, ich hab's nämlich kalt. So, was hast du nen Sattel? Echt? Mit Kartoffeln? Womit denn? Bricht keiner mehr mit mir. Du musst rechtsklicken zum Draufsetzen. Genau. Meins... Meins macht dann immer nur... Entschuldigung, Freddy. Hier, ich hab dir dein Pferd gemacht. Meins geht dann immer nur vorne rum. Könntest du mir einen Sattel geben, bitte? Was musst du machen zum Draufsetzen? Ich mein, Rechtsklick? Rechtsklick. Rechte Maustasten. Moment. Sattel. Warte, hier guck. Sattel. Hinter dir. Hinter dir. Mein Pferd ist weg, ja. Mein Pferd ist weg. Ja, mein Pferd ist weg. Meins... Meins einfach nur vorne rum. Achso, da bist du. Hier. Hinter dir. Also es geht nur hoch und macht ziemlich laute Geräusche. Ja, meins auch. Kann ich ihm nehmen schon. Schmeißt euch noch ein paar Mal ab. Oh, jetzt hab ich jetzt kein... Ja, paar Mal ist gut. Ich will überhaupt mal auf. Wuhuuu. Ja, ich kann reiten. Ha, ich überhau euch alle. Na toll. Ich will auch noch mal hier, ja. Ja, probier du es doch mal hier. Probier du es doch mal bei dem Pferd hier. Ich krieg das nicht. Habt ihr dir irgendwas gegeben? Okay, wir müssen einfach mal... Oh, mein Händen muss also telefonieren. Wenn es sich abwirfen, musst du einfach noch mal. Das wird mich ja nicht. Das geht ja nur hoch. Du musst dich runterwirfen. Da musst du rechtsklick drauf machen. Da wird der Inventar geöffnet. Da ist nicht so um das Pferd drin. Da musst du an den Sattel rein. Ja, ja. Schon klar. Aber... Naja. Hat nicht funktioniert. Meins will auch nicht. Ja, die ist will auch nicht. Ich probier mal da eins aus. Hä? Was denn jetzt? Hä? 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 Ich hab's auch grad gemerkt. Äh, äh... Dann führ ich durch den Tropfen weg. Wo ist jetzt mein Pferd? Oh, war mein Pferd? Oh, war mein Pferd? Was denn? Das Pferd mag Dom. Dom hat's ja... Dom hat dein Pferd gezähmt. Ich... Jetzt hab ich kein... Ich hab's noch nicht gezähmt. Pass auf. Doch, da kam Herzen, Dom. Das hier ist gezähmt. Dom, da kam Herzen aus dem Pferd. Der Pferd ist da Pferd. Ihhh. Du mal da der Sattel. Oder da hin. Deswegen schmeißt ich das auch nicht mehr ab, Dom. Ja, aber es geht selbstständig wohin? Ja, du musst... Hast du den Sattel? Ja. Nur mal Sattel kannst du's dann... Dann steig mal ab mit Schiff. Ah, okay. Ja, so. Du kannst auf dem Pferd auch E drücken. Ja, ja. Wollen wir nicht absteigen. So! Ja, aber ich... Ich suche noch ein Pferd. Ich suche noch ein Pferd. Nach dem Dom... Mein Punkt ist das Pferd... Ich kann ja nix dafür, dass das Pferd mich so liebt. Springen ist übrigens mit Space-Taste gedrückt halten, ne? Umso länger man drückt... Ach ja, stimmt. Das ist ja der Runner. Hi. Hi. Kann man eigentlich auch vom Pferd auscannen? Müsste eigentlich, oder? Was musst du... Ja, ich kann doch nicht. Ich kann doch schon mal einen Bogen in die Hand ziehen. Wo hast du jetzt dein Pferd gelassen, Dom? Ja, wo ist mein Pferd, Dom? Ich, äh... Tafeli, da du dein Pferd beim letzten Mal abgeschlachtet hast, ähm... Habe ich mir gedacht, sicher... Rette ich das Pferd. Hast du das jetzt abgeschlachtet? Nein. Eigentlich habe ich das abgeschlachtet zu tun. Ja, aber... Wo hast du das denn gelassen? Das... Ich hab's doch! Das Pferd ist vor Schreck verstorben. Natürlich. Ich seh hier dein Pferd nicht. Ich wär auch verstorben, wenn du mich abschlachten würdest. Hast du direkt die Diamantrüstung für das Pferd mitgenommen, oder? Ja. Ich hab auch die Rüstung fürs Pferd mitgenommen. Oh nein, ich bin abgestürzt. Verdammt. Mit Pferd? Könnt ihr mir helfen? Hallo? Und ich bin hier... Oh, verdammt. Wo macht man die Leine an das Pferd? Die Leine... Du musst... Warte mal. Steig runter. Dann hast du automatisch die Leine. Oder was für eine Leine meinst du? Du musst einen Zaun setzen und dann... Warte mal. Äh... Ne, das wollte ich gar nicht. Das... Ah, bei mir hat's eben nur rumgelackt. So. Und... Die blöde Hexe hat mein Pferd... Gibt's eine Leine? Gibt's eine Leine? Ja. Entschuldigung. Ja. Hey, nicht mein Pferd. Ja, Baby. Dahinter ist ein Creeper. Geh weg! Geh weg! Geh weg von meinem Pferd! Mit deinem Creeper. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wer? Nein! Ah, Alter! Nein, mein Pferd wurde abgeschüttet. Ich wollt schon sagen. Ja, das ist geil raus. Das ist in die Luft geflogen und das zersprach. Glaub mir. Da komm mal rein. Na ja. Da hat jemand ein Pferd aus dem Gewissen. Ey! Paddy geh besser weg. Tafeli sprengt alles in die Luft hier. Sehr geil. Entschuldigung. Ein Pferd von, äh... Dreckscreeper. Also mein Pferd. So, wo ist ein Creeper? Ich muss Creeper abschlachten. Minecraft in mein Pferd. Ja, wo kommt's halt? Ja. Mein Pferd hat noch ein halbes Pferd. Und so kann... Oh, mein... Guck mal, mein Pferd hat gerade ein Ei gelegt. Nein. Komm, wir reißen weg. Da geht gar nichts angebunden hier. Tafeli, wo ist noch ein Pferd? Ich mach mit dir mal Absalb. Achso, was? Ich warte, wie komm ich hier wieder runter? Ah, nix. Wo ist noch ein Pferd? Wo bist denn du? Ich bin jetzt oben auf der Anhöhe. Kann es sein, dass du die, die, die Schnüre hast? Tafeli? Tafeli? Ja. Kann sein, dass du meinen Schnür, äh, meine Schnür genommen hast? Nein, ich hab keinen Pferd. Ja. Hat einer meine Schnüre in der Hand mitgenommen? Nee. Äh... Ich hab dann so verhangen. Ja, verhangen hab ich auch. Ich hab extra Schnur gemacht, damit ich das anleihen kann. Vorsicht, hinter dir? Ah, hier! Ja, hier! Ah! So, welche andere? Anhörst du? Moment. Ja, ich sterbe! Nein! Ich sterbe! Das Gift hört einfach nicht auf! Nein! Nein! Hier, du hast ein halbes Herz. Genau. Und dann ist alles gut. So. Ich hab zwei Leinen jetzt. Ich hab immer noch Herz. Mein Pferd rastet aus. Ich muss mal weg. Natürlich! Da kommt ein Creeper. Wo kommt ein Creeper? Weil mir gerade? Wir töten! Ich hab da echt sowas gegen Creeper. Wieso kann ich das nicht anleihen? Was ist das denn? Achso, erst so? Aha, jetzt. Okay. Na gut. Kommt wieder ein Creeper. Wann ja! Besser weg! Wann! Geh weg! Der hat nämlich die Agro auf ihn gezogen. Ne, ich bin hier. So. Äh, ich hab das Pferd jetzt gezähmt, weil, äh, meins war jetzt irgendwie kaputt. So, nein! Oh, jetzt krieg ich schon wieder kein Pferd. Ja, ich such dir ja schon ein neues. Das Problem ist hier, wir haben echt, äh, Probleme mit, äh, äh... Aber da gibt's ja auch von anderen Leuten, die Pferde reiten. Ja, klar. Soll ich die mal umstehen? Womit haben wir ein Problem? Womit haben wir ein Problem? So ein Problem mit rumstehen? Eine hat ein... Wir müssen eben eine Folgenpause machen. Wollt ihr mal euer Pferd anleihen? Diejenigen fährt, hab ich mal ein paar Zäunen hin. Wo seid ihr denn? Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich bin da geblieben, wo wir waren. Da, wo wir die ganze Zeit waren. Ja, genau. Wann erzähl mal, wie läuft das denn mit dem Anleihen? Also, einer hat, äh, eben noch ein Schnur, also eine Leine in der Hand. Ja, eine Leine hab ich, hab ich auch. Genau. Steig mal ab. Kommt eine Spinne, warte. Ich muss kurz, ich bin kurz. Aber dann, dann ganz kurz, dann so. So, dann klickst du mit der rechten Maustaste dann auf dein Pferd und dann auf die Leine. Hallo? Wer schießt denn hier? Wolf! Mein, kaputt! Sehr gut. Sehr gut. Also, nochmal. Die Schnur auf, in der Hand, mit der rechten Maustaste auf dein Pferd klicken und dann auf den Zaun, den ich da gebaut hab. Ja. Warte mal. Ja. Ich hab' schon gedacht. Hab' den Kackstift gebaut? Nein. Ne, das waren wir vor uns, ne? Ich mach' jetzt einen Kackstift. Sonst würd' ich sagen, mach' mein Folgenpäuschen. Ich mach' doch mal ein Kackstift. Und wir sehen uns gleich wieder mit Kackstift. Ist das nicht cool? Yeah. Ey, da steht noch ein Enderman. Geh' mal kurz ein Enderman töten. Hab' einen gebaut. Hier stehen zwei Endermans. Oh nein. Damit das auch was aus der Ferne sind. Ja, du bist ja Richtung Bäume geritten. Auf jeden Fall haben wir den auch ein bisschen beleuchtet. Ja. Ich muss wieder durch den Wald zurück. Ich hab' den Kackstift, glaub' ich, gerade gesehen. Ich dachte, ich mach' ihn noch früher. So. Ja, ich hab' euch. Ah, da warst du. Na, von der Enten kommst du. Ich glaube, wenn nämlich euer Pferd angeleint ist, interessiert es dich. Warum, warum hab' ich denn jetzt eigentlich noch ein Eisenschwert und noch ein Eiber? Ja. Weit. Tja. Hast du denn eine Schnur? Äh, darf ich jetzt nochmal Crashkurs in Anleihen haben? Rechte Maus, äh, genau. Rechte Maus, äh, genau. Rechte Maus hat auf dein Pferd. Und dann auf dein Zaun. Jawohl. Gut. So, jetzt müsst ihr noch zwei Pferde finden. Ja, kriegen wir hin. Und die anderen Leben lassen. Ich hab' noch nicht aufgehört. Ja, okay. Haha. So. Fehlt jetzt irgendwem ein Eisenschwert? Ich nehm' gern noch ein Ersatzschwert. Nein, aber ich nehm' gern. Nein, alles gut. Ich hab' auch noch ein Ersatzschwert. Äh, äh, aber ich habe... Ready. So. Ich hab' kurz aus dem Game. Fragt, ob jemand hat jemand... Das war das 2 zu 0 in der 8. Minute. Nee, aber ich bräuchte... Für Polen. Oh, gratulation. Nein. Ich bin zu Hause, glaub' ich, ne? Hab' gar nichts mitbekommen diesmal. Naja. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. 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 Auf. Ich hab' einen Mustang. Ein wildes Pferd. Ja. Muss gezähmt auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Und ihr? Ja. Was guckt ihr denn so? Gejagt. 여기와ioly. Nein. Mein Pferd wurde in die Luft gejagt. Ich muss ganz schnell weg. Tschöööö! Untertitelung des ZDF, 2020